We need to hear it, kind of. Was machst du unten? Nein, nein, nein. Nicht. Nein. Das klang sehr nah. Ja, bei mir so. Das ist eine gute Angabe, weil ich weiß, ob du oben oder unten bist. Unten auf jeden Fall. Sie sind aber, glaube ich, hochgegangen. Reugen Sie sich. Das ist der Main Deck. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Äh, da da. Gibt's eine Lockierung hier. Ja, nein. Jetzt geht er wieder runter. Einstellungen. Geht ins Steueroom. Geht ins Steueroom. Ist wieder nach oben. Wo sind die Tastenbelegungen? Gameplay. Geht ins Steueroom. Oh, ein offener Stuhl. Wie ist denn der Stuhl? Wie ist denn da? Bedingungen? Oh, wollah. Wieso kann ich das nicht einstellen? Wieso kann ich das nicht einstellen? Ha, verdammt. Ich wollte gerade ein Text. Ich wollte gerade ein Text abonnieren. Oh, wow. Das ist ja mal sowas von nach hinten losgegangen. Ich hab die falsche Taste gedrückt und hätte es tatsächlich geklappt. Ich eier da in den Einstellungen rum und du schleichst dich an und wirst gefangen. Was? Mann. Das ist... Na komm schnell in die Falle rein. Die ist gleich leer. Danke für mich. Hätte ich da einmal die richtigen Taste gedrückt gehabt, dann hätte ich mich an den Stellen nicht gekriegt. Ja. Am nächsten Mal schleim ich dich am besten sofort voll. Wär besser gewesen, ja. Wär besser gewesen, ja. Wär besser gewesen. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht... Vielen Dank.